Ah, er schöpft oder irgendwas irgendwas mit dem. Der Pfanz da anzunehmen ist auch. Hin, setz dich hin. Drei Stück davon kommt. Ah, jetzt mal alle in die Souten. Okay. 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 Du gehst mir auf den Sack. Ja, das mit purer Absicht. Okay. 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 Ja, bei Lable aber, wie großer? Ja, weil ich ähm, die ganz mache. Okay. Okay. Ich kann es richtig interessieren, dass ich mal im Google. Sag ich mir, wenn ich Pfeile baue, kann? Du kannst Pfeile bauen, ja jede Menge. Was? Ich hab ja gesagt, jede Menge. 2 Euro, oder? Das ist noch große. Ja. 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 Was ist denn jetzt? Jetzt noch Bleistötig. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, beep. Beep, beep, beep. Und effektiv schenken ist das, wenn der erste Schiff die ganze... man das weg macht. Aber Fasern haben wir ein paar. Wäre mir auch aufgefallen. Gibt es hier gleich mal eine Persection. Wie gesagt, wohin ziehen wir? Auf die Insel. Warum machen wir das nicht gerade? Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ja, können wir gleich machen. Ich werde mich nicht. Oh, einfach mal. Was auch Sinn kann, dass, wenn wir das aktiviert haben mit einer Struktur ineinanderbauer, ne? Wenn jeder PvP-Modus an, dann kann es Sinn, dass das Upload. Naja, stimmt. Das ist möglich. Mir gerade muss unser Sinn kommen. Ja. Das man Bäume so künstlich anpflanzen kann, nervt mich. Gott hat der Windkreis. Und das war jetzt einfach. 4200 Turbo. Alter später. Das ist schon mal genug. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Ja, ja. ich packen würde warum gibt abbauen so viel wenn es gibt abbauen so viel ich möchte heute wo kommt doch auch hundert silbermeter wäre der lied ja vier jahre du wolltest ankylosaurus ja das was ich sagen ich weiß nicht irgendwie das ist alles geschraubt so bist du das gefühl wie gesagt dürfte aber eigentlich netzern hast du doch jetzt selber gesehen jetzt kommen 12 wir haben ein paar zu hause ja zu hause wie wäre es wenn wir etwas hungern lassen und wir schon mal alles rüberholen vier bauern jetzt will ich erst machen wenn alles aus der aus dem workbench ist und so draußen ist damit man die netz aussehen kaputt machen und dann hin und machen so du wirst du ist ab 43 können wir uns netzwerber bauen oder annahme ich ja bald warum was bist du 70 älter oder leveltechnisch ja du wirst mehr auf 60 nur auf 60 das geht noch aber das bin ich schnell aufgerollt ja geht doch man kann auch nur am bau also jetzt bin ich grad mehr rumfliege weil ich scheiß Perlebau ich bin mal gespannt ob wir wollen die zuschauerzahl hoch geht das können wir natürlich auch mal sehen mhm sie kennen Siliziumferle ich hab hier glaube ich ganz so zwei Siliziumferlen gefunden also zwei vorkommen oh mein gott ich hab welche gefunden dem was ich hier wird schon ne 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 War's ne Polonese? Mhm. Aber dahin, in den Ecken, ist Metall, gell? Jene Menge. Oh, das ist ne Kühle, ja gut. Uh, voll ist er. Ja. Übervoll ist er. Toll. Ja, wie gesagt, machst du ne Moshops-Kette und zieh's vom einen zum anderen. Ja, weg, dann warte ich ja. Gut, da kommt schon noch nichts zu machen. Hier runter. Hier runter. Warte mal, kannst du gleich noch mal holen? Ja. Geht das, wenn ich drauf sitz? Warte schon. Das soll doch jetzt nah genug sein. Da, wo ich so jetzt- Da. Đi. Da. Da, da. Da, da, da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe das ja gerade alles für Zündpulver rausgeschmissen. Ich bin nämlich dran, dass ich Jacqueline mitschleppen muss. Ich habe das ja gerade alles für Sieg. Ich habe das ja gerade alles für Sieg. Und dann kann ich hier vorne gerade noch Stein holen. Ja, stehen haben wir da hinten. Ich habe das ja gerade alles für Sieg. Ich habe das ja gerade alles für Sieg.